Oh, vier Knochen. Komm, ich bin vier Knochen. Kraft und Gesundheit zahlen. Jetzt will er eine Karte, von der wir das Segel übernehmen. Werd noch stärker. Doch, ich bin immer noch milky. Das ist üblich. Ich muss dein Gesicht aufnehmen, wer ich weiß. Da ist kein Film drin. Sag mal Spaghetti. Ja, ich friede es jetzt wirklich zum ersten Mal. Ich weiß noch nicht viel. Ich bin jetzt schon eine Stunde dabei. Ich bin irgendwie schon zweimal gestorben. In diese letzte Person hatte ich so große Hoffnung gesetzt. Warum habe ich mir überhaupt die Mühe, dir was beizubringen? Du, du wirst mich nach und nach schon lernen. Du wirst sterben. Ein Startdeck. Wie ganz... wieder? Ja, jetzt? Nein, du kannst ihn nicht einen bestimmten Bestie aussuchen. Dadessen muss ich jetzt für eine Familie entscheiden, die du bevorzugst. Okay, nochmal neu. Wolfartig, dingens, dingens. Ja, wundeartig. Okay. Okay. Wenn dir was anderes gewünscht ist. Okay. Okay. Eine uralte Frau kam hinter einem Eich hervor. Sorgsam regierst du die detaillierte Holzschnitze rein und du baut das dann brüchst du drauf. Wähle. Dann hast du es an. Oh, der Hörschluss. Kunstlos und ohne seine andere Hälfte. Du ahnst, dass dies nicht jetzt die Gegner mit dir sein würde, was? Keine Ahnung. Das wieder. Ja, ich guck gleich. Ich wollte es ja. Ich wurde gerade das Siegel des Ochsenfroschs nachgeschlagen. Ja, gut. Ja, gut. Ich habe wieder so eins. Ich wollte es gleich dazu bringen. No. 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 Wenn eine gegnerliche Kreatur gegenüber von einem leeren Feld platziert wird, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich auf dieses leere Feld. Aha. Okay. Oh, vielen Dank für das Abo. Na, hallo. Ach, ich sehe es gerade. Das ist, äh, das kenne ich irgendwoher. Ja. Milky Mute. Nee, geht eigentlich. So. Hallo noch, Ehefrau. Entschuldigung. So, weiter. Hm. Jetzt muss ich dich ja doch... Mist. Müsste aber eigentlich jetzt schon reichen, oder? Oh ja, zwei mehr. So, was ist das jetzt nochmal? Kriege ich nochmal Karten? Sehr seltsames Spiel. War toll. Äh. Das denn? Der unverletzliche Bienenstock, wenn er angegriffen wird, ziehst du eine Biene. Alter, das ist wieder Kampf, ne? Ich hatt immer noch nicht ins Regelbuch. Die alte Holzschnitzerin erscheint wieder vor dir. Äsichtendeck? Äh. Die alte Frau belegt zufriedene Zähne dein erstes Tod und war vollständig. Jetzt tragen all deine Insektenklaturen das Segel wie rum des Todes. Wow. Also Kakerlaken und Bienen. So, jetzt muss ich aufstehen. Ja, ich weiß. Wo ist denn der Ochsenflosch? Wo gibt es denn alles? Willst du mich ver... 273... 273... Stinkwanze? Oh, hallo. Warten Sie sich, ob ich je aus dieser Eisenkruft entkommen würde. Wahnsinn. Liegt das weg? Nein. Was? 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 Okay, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Das sind 5, warum? 2, 4, 6 und 1 minus. Das ist falsch. Da müsste jetzt wieder eins rauskommen. Auch nicht. Nee, Quatsch. Eins übrig. Das ist 0. Das ist auch schlecht. Das ist gut. Das sind jetzt 3. Ich habe es gar nicht verstanden. Dann ist das hier jetzt 1, 0, 2. Auch nicht. Es geht also nicht darum, 0, dann ist es wieder hier. Oder haben wir 1. 1, 0. Das ist auch nicht. Oder insgesamt. Hm. Nee, insgesamt ist Quatsch. Das ist aber gleich. So. Aha, da ist jetzt 1. Warum? Da ist nur 1. Müsste es jetzt aber frei sein. Nein, nur 1. Jetzt sind es 2. 1. 2. 2. 2. Alles klar. Gute Nacht. 3. 4. 5. 5. So geht das nicht runter. Das bleibt da. Bei irgendeiner Ahnung. 3 gleiche. Dann wählen wir jetzt ja hier 3 gleiche. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist nicht... Mann. Das da. Und die kann nicht runter. Wenn ich die runter mache und die hoch... 1 nur noch. 1 nur noch. 0. 0. Was ist das? Und das sind nur... Das sind jetzt 3. 0. 0. ist irgendwie Regeneration irgendwas. Aber ist es das? Hey. Okay, die können wir jetzt richtig und die darf nicht hoch und die darf die kann ja nicht. Wir machen einfach weiter. Irgendwas zu. Ich denke mal, wir machen jetzt mal weiter. Julia, so ist es. Freund hat mich. Im Grunde habe ich gesagt, was zu tun ist. Hast du einen Plan? Haben hier noch einen Freund. Kann nicht dein oder ich würde ihn nicht als Freund bezeichnen. Aber ich schätze diesmal stecken wir dritten. Gute ist sich aber dieses Totem. Halt mich am Leben. Was ziehe ich denn? ein Wurfender Punktschaden. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass du das wirklich tun würdest. Oh, das wusste ich nicht. Kann ich dich schon? Mal weitermachen. Oh. Oh, oh. Hat sich nicht gelohnt, ne? Oder? Warum? Ach nö, echtes. Enttäuschend, sag's doch. Wow, das war eklig. Okay. Gut Hund, der vor Verblutung entspringt und stellt sich neuen Kreaturen entgegen, wenn diese ausgespielt werden. Okay, wow. Abenteuer.